Hallo Chef, guten Morgen. Aber am Ende nichts arbeiten, okay, alles klar, super. Dann kann ich ein bisschen ausruhen. Aber wenn Lust habe, morgen kommen, Baustelle geschwind fertig machen, alles klar, dann komme ich morgen, Chef. Und wenn schnell fertig, dann Montag gibt es Belohnung. Alles klar, super. Was für Belohnung, wenn ich fragen darf? Du, bei unserer neuen Baustelle, Beleuchtung machen. Sehr gut, sehr gut, Chef. Und dann können wir viel Überstunden machen, oder? Super, super. Dann alle Firmen nach Hause gehen und wir bleiben und schaffen, wie du, Chef, andere Firmen verarschen. Das ist unglaublich. Die anderen nichts kommen auf diese Idee, nur du, Chef. Sehr gut. Und dann, unsere Baustelle aussehen wie Mercedes-Benz Arena. Und ich Gefühl habe, ich spiele beim VfB Stuttgart. Super, Chef, vielen Dank. Darf ich dich noch was fragen, Chef? Warum du so viel kümmerst um deine Mitarbeiter? Ah, du so erzogen, alles klar. Gott segne deine Eltern, die so gut erziehen bei dir, Chef. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020